Hallo und herzlich willkommen von heute, ich habe hier vorab mal kurz was erwähnt, ich habe ja ein Video hochgeladen, wo ich meinen fecken Bauch gestaltet habe, weil ich bin ja ein bisschen übergewichtig, ich bin ja ein bisschen molliger und da haben Leute gesagt, ja warum machst du das, warum es heißt du das und ja Leute, wir leben in den Jahren 2.04.50, es sollte ganz normal sein, dass es auch die Leute gibt, die ihr Bauch scheinen, ja, das ist was ganz normales, bei Amish ist es schon Jahre lang, nochmal, aber hier in Goldschlank einfach nicht, verliere ich nicht, aber naja, wir fangen jetzt mal an mit dem Rocket League Shop Video und ich habe auch gedacht, worauf ich Bock habe und ja, dann gucken wir jetzt mal in Rocket League Shop, los geht's. So, wir haben hier oben, Gigacore Animation, vor 2500 Rocket League, girl haben wir noch, hab ich was hinten noch ein Alkorauch, kommen vor 400 Rocket League, girls brein natürlich hier oben alles ca Jamie sorry, girl haben wir hier noch, Giga Aukureifen gegen rocket cerne gegen Giga Core Animation gegen rocket Der Quint gegen Gares Namstic gegen rocket Der Quint gegen Rx 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 Das ist ein Eventjob, und das ist ein Eventjob, und ja, und dann haben wir noch das. Den vor euch Dank, wir gehen uns beim nächsten Video wieder, was auch immer. Ich mache, vergesst nicht ein Abo gar zu lassen, wenn ihr mich fecken wenden, noch weiterhängt, verfolgen wollt. Und ja, bis zum nächsten Mal, danke fürs Zuschauen. Fetti, du, du, das, bye, bye, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.